In diesem Video gebe ich dir einen Überblick über die Wertbildung in der indirekten Rede und zwar für die Vergangenheitsform aktiv und passiv. Bevor wir zur Bildung kommen, zuerst noch ein paar Worte zur Anwendung der Vergangenheitsform. Es gibt ja nur eine Vergangenheitsform für alle drei Zeiten, also ganz egal, ob es sich um Präteritum, um Perfekt oder Plusquamperfekt handelt. Wir verwenden immer die gleiche Vergangenheitsform. Schauen wir nun die Bildung an und zwar für aktiv Einzahl. Hier wird die Bildung für die dritte Person Einzahl mit Konjunktiv 1 von Sein und Haben plus dem Partizip 2, dem Mittelwort der Vergangenheit, gebildet. Beispiele dazu aus der Nennform Schreiben lautet die Lösung Sie habe geschrieben. Habe das Konjunktiv 1, geschrieben das Partizip 2. Andere Möglichkeit bei Bewegungsverben wie Fahren, er sei gefahren. Sei ist hier das Konjunktiv 1 und gefahren ist wieder das Partizip 2. Hinsichtlich der Vergangenheitsform aktiv Mehrzahl müssen wir unterscheiden zwischen Sein und Haben. Beginnen wir zuerst mit der Bildung mit dem Wert Sein. Das wird gebildet mit dem Konjunktiv 1 von Sein plus dem Partizip 2, also gleich wie die Einzahlbildung. Ein Beispiel hierzu für die Mehrzahl Fahren, sie, seien, gefahren. Anders geht aber die Bildung, wenn wir sie mit dem Verb Haben bilden müssen. Hier lautet die Mehrzahlbildung in der dritten Person Konjunktiv 2 statt 1 von Haben plus Partizip 2. Das hat immer den gleichen Grund, wenn wir das Konjunktiv 1 statt das Konjunktiv 1 verwenden. Das Indikativ und Konjunktiv 1 haben die gleiche Bildung, deshalb verwendet man das Konjunktiv 2. Das ist auch hier der Fall. Das Beispiel dazu aus Schreiben wird in diesem Fall nicht Sie haben geschrieben, sondern Sie hätten geschrieben. Konjunktiv 2 plus Partizip 2. Dafür ist die Bildung in der Vergangenheitsform Passiv für Einzahl und Mehrzahl gleich. Und zwar wird die Passivform gebildet mit dem Konjunktiv 1 des Verb Sein plus Partizip 2 plus Worten. Beispiele dazu, er sei abgeholt worden, Einzahl und Mehrzahl, sie seien operiert worden. Wir haben also hier eine dreiteilige Bildung, die aber für Einzahl und Mehrzahl gleichermaßen erfolgt. Das war ein kurzer Überblick über die Wertbildung in der Vergangenheitsform für die indirekte Rede. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung wie immer sehr freuen.